Wenn doch nur einer diesen blöden Stein vor meiner Brust nehmen würde. Wenn ich doch nur alles vergessen könnte. Jetzt soll er verkauft werden. Wegen der Schulden. Das Haus, in dem wir wohnen, ist schon lange nicht mehr unser Haus. Ich werde weggehen. Ich schwöre es Ihnen. Wir haben mir eine Stelle in der Stadt angeboten. Bei der Bank. 6000 im Jahr. Habe ich das schon erzählt? Was willst du denn da? Bleib besser hier. Mit dem Kirschgarten würde ich mein eigenes Leben nicht mehr verstehen. Und wenn unbedingt verkauft werden muss, Kretja, dann verkauf doch auch mich. Zusammen mit dem Garten. Schöne die Nachbarnen. Ja, ich mache jetzt schon mal. Schöne die Nachbarnen. Bist du denn? Hey, Mensch! Hey, hey, hey! Ja, schon. In seinen Armen das Kind war tot.